Zweiter Spieltag, Samstag, 26. September, 14 Uhr, Halles FC gegen Ingolstadt, 0-2. Kai Echili, Janis Vollert, Sörensen Reitemann, Lukas Brüder, Nikolas Langkauf, Michael Ebrevian, Julian Guthau, Michael Tischraferro, Thorin Kebridi, Dennis Mest, Janis Heifeld, jetzt kommt Ingolstadt, Fabian Brunk, Dominik Franky, Brün Paulsen, Michael Heinho, Marc Kielkaus, Kanikia Elfa, Tobias Fröck, Robin Krause, Maximiliano Bitteser, Ilami, Nikanarin, Stefan, Stefan, Kuschke, 11 Uhr 45.